Guten Morgen. Ich habe eine gute Nachricht. Ab morgen bzw. heute Nacht kommt der erste Schnee. Türchen Nummer 19 für euch alle. Türchen Nummer 19, 12, 13, 12 für euch alle von dem Adventskalender. Es gibt ab morgen bis während der Weihnachtszeit, auf der Weihnachtszeit sogar bis an schlichtes Silvester, richtig schönen Dauerstefal. Es soll eine weiße Weihnachtszeit, weißes Silvester und weißen guten Rutschen ins neue Jahr kommen. Ich wünsche euch alle einen schönen Dienstag. Heute ist das Wetter dir zu wünschen. Übrigens kann sich das kurz mal wieder aufklären oder auch nicht. Wenn wir Glück haben, erwarten wir heute schon total Schnee. Aber heute Nacht bzw. morgen geht es richtig los mit Dauerschneefal. Und Hauptsache, wir lassen es auf Weihnachten, Silvester gut gehen. Wir können ruhig spielen, wie wir wollen. Der Schnee soll bis nächstes Jahr anhalten, 2024, Neujahr. Ja, Neujahr und so. Und ja, wie gesagt. Und ich finde den einen Typen mit dem Hocker ziemlich gut. Seine Videos sind richtig viral gegangen. Der war die Tietz, ist ein richtiger guter Tiethocker. Der macht die schönsten Witze von allen, bringt jeden zum Lachen. Und mal gucken, ob ich das auch so drauf habe. Ich werde den ausknorxen, aber anscheinend ist der Sprügel zu schwer. Mal gucken, ob ich das gebacken kriege, so wie er. So, jetzt habe ich mich auch mal richtig ausknorxen lassen. Nur das ist der Nachteil. Er hat einen leichten Hocker von Dänisches Bettenlager, was jetzt hier heißt. Ich habe leider einen Stuhl gehabt dafür von meiner Tante und der Schwester von meiner Mutter. Der leider auch zu schwer war. Und dann das Heimtuch bei meinen nassen Haaren, haben wir auch, wie nennt sich das so schön, den Ausknocken, Haltzupf dran verhindert, sodass die XRW tut wie bei den Romeka Mathe Deens. Mathe Deens, ich wünsche dir auch einen schönen Weihnachtsfest, guten Rutsches Neujahr. Ich hoffe, dass es bei euch genauso weiß wird. Ich hoffe, dass ihr auch genauso gut Weihnachten, Silvester feiern könnt. Dass es bei euch auch eine schöne weiße Weihnachten, Silvester wird. Weißen Silvester wird. Ich wünsche dir auch ebenfalls einen schönen Dienstag. Das Wetter ist nicht zu wünschen übrig, aber es wird sich rechtzeitig noch wenden. Wir Glück haben heute schon und uns allen auch eine schöne Weihnachtszeit. Weißen Weihnachten, ein schönes weißen Silvester. Und ich hoffe, dass das Wetter sich wendet. Dass es Regen, eigentlich, dass man draußen sieht, das Graue ist ja kein Regen, das ist ja Nebel. Mal gucken, kommt wieder kurz die Sonne raus oder beim Glück kommt der Schneefall heute schon. Esser, abwarten, Tee trinken und ja gut, ich hätte einen Hocker nehmen müssen. Vielleicht einen Hocker von Sürk, blittige Bettenlager. Was weiß ich für einen Stuhl mit schweren, jetzt ist das Beine, mit Metallbeinen und das Leder schon alleine. Ich habe hier so einen Rotterstuhl, der ist genauso schwer. Hätte ich, dass Alu auch schwer ist, bei Metall, ja, Alu ist es. Und ja, Hauptsache, packt euch gut ein. Und sag mal, bis dann. Peace.